Willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 4. Auf dem PC, nicht auf der PS4 oder Xbox One. Und hier wieder mit unserem altbekannten Silvio. Ah, hier geht's schon wieder wild los. Patrick, der nicht mitspielen kann. Leider. Und mir broken. Genau, der hat leider die PS4-Version. Alter, boah, ich hab dich weggebummt. Bam, Headshot. Falls ihr diese Folge jetzt seht, guckt euch auf jeden Fall mal die Folge von gestern an. Da gab's ein Double. Messer, Combo, Kill, Bam, Imber. Also einen fetteren Kill hab ich noch nie gesehen. Ich war ziemlich beeindruckt von uns beiden, muss ich sagen. Ja Franz, das war fast synchron. Ja, das war ein Synchroner Combo Messer-Kill. Keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben. Aber es sah extrem cool aus. Hä, ist mein Geschoss? Von da? Ich hab keine Ahnung, wie ich erschossen wollte. Ich renne grad einfach nur mit dem Pumpgun rein. Ja, das überleg ich mich auch gerade. Also irgendwie macht das grad ganz... Eja, guck mal, ich bin bei dir jetzt. Yeah. Nice, ich nehm meine Pumpgun. Ja, ich muss jetzt, ich muss ein bisschen Pumpgun trainieren jetzt. Jetzt wird sehr hart. Gucken. Weißt du ja, mit der Pumpgun geht man sportlich schlank. Mann. Nee. Ich glaub ich muss sich im Nachhinein ein bisschen lauter drehen. Du bist relativ... Uh, leise. Jetzt hab ich ein bisschen Schluck auf. Jetzt hab ich ein bisschen Schluck auf. Ich hab das Mikro ein bisschen noch ein bisschen mehr... ...poss... besser positionieren. Hinter dir ka... Ah nee, das bist du ja gar nicht mehr. Du wurd ich grad sagen, was hinter mir? Du bist es ja gar nicht gewesen. Äh, wo bist du? Ah, du bist bei C. Ich komm zu dir. Bam! Double kill! Yeah! Mit der Granate! Granate und Pumpgun-Kombo. Geile Scheiße. Aber irgendwie die Flagge geht immer noch nicht runter. Legal. Ich rotz hier alles weg gerade. Ist da irgendein Fahrzeug? Hab ich da grad ein Fahrzeug gesehen? Nein! Wie überlebt er das? Anscheinend ist dort mit seiner Stelle noch ein feinlicher Fahrzeugjäger. Oh! Oh! Da wurd grad auf mich geschossen. Ich muss hier weg. Ist vorhin bei dir. Oh, hinter uns. Ah! Finde ich. Ne, die alten, äh... Die anderen Haudegen sind heute nicht dabei. Die kommen erst heute Abend wieder. wo wir dann die nächsten Runden aufnehmen werden. Jaja. Die brauchen ihren Schönheitsschlaf. Genau. Die... Ja. Freue ich nicht hinzuzufügen. Die kleinen Pussys. Äh... Also komm... Wo bist du? Ich seh dich irgendwie. Ich hab dich irgendwie schon wieder verloren. Ja, ich bin einfach zu schnell für deine Augen. Und für meine teilweise auch wieder. Was läuft denn an mir vorbei? Äh... Direkt vor dir. Ich hab's gesehen. Ein Boden. Ich konnte leider den Westerkill nicht verhindern. Von hinten? Boah! Ich fühl mich grad wie im Krieg. Hehehehe. Äh... Es ist Krieg. Ey, ich hab ja nicht mal Killhilfe bekommen. Was soll denn der Quatsch? Was hast du bekommen? Nicht mal ne Killhilfe. Bisschen Munition ausfüllen, dass ich da weiter raschen kann. Flagge erobern. Ja... Patrick ist wahrscheinlich ein sehr Stummer, hab ich mitgekriegt. Ja, der schießt mit Schalldämpfer. Man hört immer nur so Pling. Achso, ja. Sorry, jetzt hab ich das Teamkollegen an. Sicher. Ich komm von hinten. Bin leise. Tödlich mit dem Messer. So einer bist du. Ja, ja. Du kommst von hinten. Ja, ja. Bisschen versaut, ne? Aber jetzt ist doch ein Müncher. Äh... Hä? Was ist das denn? Ich bin im Kopf... Was hast du? Ich bin im Kopf gefallen, weil ich so ein Hügel runtergelaufen bin. So ein 1 Meter Hügel bin ich ein bisschen runtergesprungen. Tot. Übrigens, du bist irgendwie nicht mehr in meinem Team. Ich bin wieder bei den USA. Deswegen. What the fuck? Das ist ein scheiß Autobalancing. Er ist ja behindert. Man, ich war grad so gut. Dein Arzt kommt garantiert so best auf meiner Liste. Ich war grad so gut. Ich kann grad nicht suchen. W2 haste. Was hab ich? W2? W2 Stats. Hier hab ich grad nen Gegner gesehen. Ich hab nen Feindlichen Soldaten geschickt. Ich hab nen Feindlichen Soldaten geschickt. W2 einen. W2, was the doin! Bist du im Wasser? Nein. W2 0. W2? W2, w2. W2, w2, w3. Lass mich nicht sehen. Hier war doch auch eben gerade ein Punkt. Habe ich doch genau auf der Karte gesehen. Hier war einer. Geiser. Was ist denn der Nico? Komm. Was denn? Nein, was? Wie konnte der mich denn messern? Was? Fick dich. Ey, was habe ich denn für ein Team? Da ist ja keiner auf der Insel. Die hängen alle bei A rum, die Trottel. Ja, Alter. Wo kommen die denn alle her? Ja, von mir zu Hause. Wir machen Party bei euch. Ja, ich merke es hier. Das ist ja volle Stimmung gerade. Toll, jetzt haben wir den Punkt auch noch verloren. Das kann ich angehen. Oh, komm, jetzt holt mal den da unten, Jungs. Dann kann ich da unten wenigstens spawnen hier. Komm, 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 komm. So. Boah, Alter. We are back on the island. Da gibt's ja eigentlich Jumping-Puzzles. Äh, klar. Wär eigentlich ganz geil im Bier. Alter, ich hab ihn genau gesehen. War der Rechts-Nemi auch ein Gegner? Ja, Supermatter M2. Das war auch ein Gegner. Das gibt's nicht. Jetzt hab ich gedacht, er hat ja noch irgendwas Blaues in meinem Kopf, hab ich gedacht. Verdammt. Äh, ich weiß nicht, hast du irgendwas eingeworfen heute? Nein, 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 ich bin grad frisch aufgestanden, also sozusagen. Ich hab grad gefrühstückt, das heißt, ich hab noch ein bisschen Energie. Ah, okay. Oder du bist immer noch am Schlafen. Ja, oder? Ja, oder? Ja, Leute, und zwei davon sind mir und die schieße ich an, natürlich. Das ist total durch gerade hier. Meine Fresse. Ah, ich will zu dem Punkt schnell. Nein! Eine scheiß fucking Granate. Da ist Claymore. Tut mir leid. Da unten einer. Ja! Nein, wir haben verloren. Wie lang nehmen wir jetzt eigentlich auf? Oh, das war 10 Minuten. Ach komm, da geht noch eine, oder? Ja, komm, machen wir noch eine. Da geht noch eine. Also, da muss ich dann ein bisschen... Vielleicht komm ich jetzt wieder zusammen. Allerdings könnte ich die Frontflit ein bisschen trainieren. Ach, Mann, 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 Mann. Das ist ja blöde Phantom-Scheiß. Da braucht man so viele Sachen dafür, ey. Ja? Zwei Shotgun-Ribbons. Ich hab nur 7 zu 11 Stats. Oh, mein fucking Gott. Der Anfang war gar nicht schlecht, fand ich. Da waren so schöne Kills dabei. Ja? Da, 6, 7. Ah, 1000 Punkte. Krass. Ja, gut, für 10 Minuten. Ich hab 3555. Das war eine relativ fixe Runde, muss ich sagen, sogar. Ah, ja. Ja. Also, auf dem Server gehen die Runden eh immer extrem schnell. Ihr habt uns ziemlich abgemetzelt. Gut, ihr seid auch drei mehr, muss ich sagen. Aktuell noch. Ja, das ändert sich jetzt wieder. Aber Jungs, extrem schnell habt ihr uns abgemetzelt. Ihr habt noch 700 fucking Tickets gehabt. Was habt ihr denn gemacht? Bestimmt gehackt oder so. Oder ihr hattet einfach 700 mehr Tickets. Oh, jetzt geht's auf Wellenbrecher. Tut es bei dir auch gerade? Hm? Tut es bei dir auch gerade? So, tut, 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 tut. Hm, hm. Aber es gehört zur Musik, das muss zur Musik gehören. Das ist ein unbekanntes Geräusch für meinen Rechner. Wo bist du? Bist du Chinese Chicken oder? Äh. Was? Bist du USA oder Chinese? Äh, ich bin Ladeville, Jim. Ah, Alter, du bist so langsam. Fahrt mal schneller. Ich bin US. Okay, ich mach'n Team wechseln. Es geht nämlich da, beitritt, Foxdoor zurück. So. Ich bin Chinese. Alter, ich hab doch... Wieso? Ich hab doch gerade gesagt, ich bin schon zu US gewechselt, du Hänger. Ja, ich hab's aber geswitcht. Was? Ja. Ach, fick dich, Vettelfield. Das kann doch nicht angehen. Ich kann wieder wechseln zu US. Ja, ich bin im Foxport. Ja, ich seh dich schon. Sehr gut. Ja, ey. Das war jetzt aber nass. Teilweise denk ich mir auch so, boah, muss das sein. Du, ey, du sollst noch anmoderieren. Ach ja, genau, wir sind in der neuen Runde Vettelfield. Oder immer noch dasselbe eigentlich. Warum muss ich neu anmoderieren? Ist immer noch dieselbe Aufnahme. Ah, machst du dieselbe, okay. Ja, wir müssen ja ein bisschen was zeigen, weißt du. So zehn Minuten find ich auch etwas langweilig. Ah ja, okay, dann... Dann würd ich mal sagen, let's go zur Runde. Alter, was? Wenigst hab ich einen markiert. Die nehmen hier voll die Mitte ein. Muss ich jetzt ordentlich mal zurückkrotzen. Hast du einen Kampf gefallen? Ach nee. Ich sollte ein bisschen taktischer spielen, wenn du kam überlegt. Ich denke, wir haben einen LNG wieder nicht. Weißt du was? Nicht Mitspieler. Mach's besser. Ich auch. Sicher. So. Kann ich schon. Den Attüben hab ich erwischt. Leider hab ich den nicht mitgekriegt. Scheiße. Ach, Mann, 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 Mann. Build Upgrade Punkte. Verloren. Ich hoffe mal, dass die voll... Alter. Da, wieder zu C. C ist immer ganz wichtig. Ich bin da grad jemand... Über unterwegs. Da hinten hab ich irgendwas gesehen. Über. Ah, dann willst du mal so'n scheiß Turm hochklettern und dann verdrüsselst du jeden Turm auf der Leiter. Da kommen die Gegner. Ah, scheiße. Komm, renn in den Raum. Renn... Ah, fuck. Jetzt renn doch in den Raum. Da liegt noch ne Claymore. Brichst du mit dem jetzt selbst? Renn in den Raum. Renn in den Raum. Und du machst das nicht? Nee, das war nicht ich selbst. Das war ein Gegner. Okay. Feuerlöcher. So, wo muss man... Warum lade ich eigentlich nach? Ich hab die Zeit. Geh ins Wasser. Fahrzeug. Ich rüber mal rüber, mal gucken, wie schneller ist. Oh, das wird ein knappes Match. Das wird ein knappes Match. Komm hier, ich lass dich auch. Komm, steig rein. Ja, es wird ein sehr knappes Match, muss ich sagen. Ich war fast Erster. Nein. Shit, von hinten kamen die auch noch. Mann, der stand hinten oben. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Also ich schon. Ich hab drauf geschossen, aber du bist weitergerannt. Und ich hab zu spät registriert, dass da ein Gegner ist. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Was ist der jetzt? Ah, wo häng ich denn hier fest? So, jetzt aber. Däh, 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 däh. Und einer weniger. Kommt raus, ihr kleinen Schnuckis. Von hinten. Lauft in mein Fadenkreuz. Däh, 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 däh. Da war doch einer. Was ballerst du? Auf den Gegner, ich hab ihn gerade markiert. Ja, wenn du zu viel Zeit hast zu markieren, ist klar, dass du so scheiße spielst. Musst töten, nicht markieren. Die standen doch so, ich hab sie so zwei Millisekunden gesehen. Ja, zwei Millisekunden reichen für ein Headshot. Na eben nicht. Ey, aber ich hab mal wieder D-D-D-Doppelkill. Du hast einen Doublekill gemacht? Ja. Oder meinst du, du wurdest jetzt zum zweiten Mal gekillt? Nee, nee, Doublekill. Zeig, jetzt bitte. Ah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm schon, komm schon. Bäm. Was hast du denn jetzt abgeschossen? Nein, nein, nein. Warte, du spielst immer noch Warsunder, ne? Ja. Hä, wo bin ich denn? Ah, ja. Bäm. Erster zerstört. Hä, von was? Woher? Ich hab ihn gerade gar nicht. Die kommt von überall. Verdammte Hanke. Ah, Mann, 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 Mann. Nein. Meine Kette. Deine Kill-Serie meinst du? Nee. Meine Kette ist zerstört. Abschleppdienst. ADAC. Oder TCS. Mir egal. Genau, ADAC. Das wär so ein geiler Name für. Ich hab grad ein bisschen Angst hier. Spieler. ADAC. Für ein Panzerspiel. Brauchen TCS. Komm schon. Wo war der denn jetzt? Äh, du bist kein Mitglied, sorry. Ich bin Mitglied. TCS? Ja. Ich dachte, du bist... Der ist doch ein Mann. Also hat er, ist er doch Mitglied. Was? TCS? Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Aber Mitglied. Ah ja, ich bin Mitglied. Ja, ich doch. Hallo? Willst du was anderes behaupten? Kriegst du Ärger. Ich nehm mal so eine Wurmtarnung. Was hilft sich schon gegen die Gegner? Wann sind sie so verwürmt? Jetzt willst du sie noch verwurmen? Ja. Oh. Oh. Ganz gut. Ganz gut. Muss ich sagen, halt. Hier ist schon... ADAC. Ich brauch ihn schon wieder. Ich würd mal sagen, wir schicken dich lieber zum Kurs. Wie repariere ich eine Panzerkette? So, einer wieder weg. Einer weg, einer weg. Das Problem einfach ist, wenn dabei fünf andere Panzer auf mich draufballern. Oh, das ist dein Problem. Nicht meins. Meine Kette gerissen ist. Zwei Leute tot. Ah, von der Seite hab ich nicht gerechnet. Ich bin bei einem Rumsringer. Ahaha, live. Live-ermesser-Kil. Geil. So in der Kill-Ansicht, der war nicht schlecht, muss ich sagen. Der one geiler Bier. Der muss ich echt mal loben dafür, gerade. Für den Messerkill. Hey, Silvio. Silvio. Einen hab ich. Nein, ich hab den. Ey, wie viele in 10, momentan. Der geht... Nee, es geht nicht mehr runter. Wir sind gerade US, ne? Bei dem ganzen Switch hab ich auch nicht hinbekommen, was wir da sind. Einsatzstil Alpha wurde erobern. Ich kann mir irgendwie auch nicht merken, dass wir immer blau... Wir sind immer blau, ne? Ja. Ey, guck mal, was ich gefunden hab. Die Usas. Nice. Also ihr seid immer besoffen. Ja, ja, das trifft's mir. Ja. Ja, bisschen schick. 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 Hä? Alter, wo... Was? 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 Warum kommen wir denn hier? Die retten halt. Ach. Flammete Impact. Was? Flammete Impact? Ne, mit der RGU Impact. Boah, du Hänger, ey. Stell dich doch vor mich. Hier sind deine Kugeln, Mark. Oh, der hat noch zwölf. Ich hätte noch weiter drauf schießen sollen. Verdammt. Das sind die keine Lebenspunkte-Anzeige. Das wird so vieles einfacher machen. Ich hab mich manchmal ein bisschen zurückgezogen, weil ich ja das letzte Team mitgebt bin. Sehr gut, ich hab dir ein bisschen geholfen. Let's go backlitzen, zwölf. Wir sind gar nicht. Okay, wir haben zwar noch keine Field-Upgrades, also spielt's keine Rolle. Yeah, ich wurde das erste Mal geradzt in der Runde. Geile Scheiße. So muss das laufen. Ja, aber halt kein Medipacking geschmissen. Ah, da liegt irgendwo eins. Hier ist ein Medipacking. Ja, ja, ich sehe es. Na, kann man hier. Ich muss da rein. Ja, dann bleib halt da drin. Oh, guck mal, die haben das Ding zerstört. Das U-Boot ist jetzt runtergefallen. Ah ja, ich sehe es. Damaged. Mestalkill, Mestalkill. Das geschieht diesem blöden Raketen-Fuzzis recht. Aber ist ja in Ordnung. Was im Spiel drin ist, darf man auch benutzen. Wie der Herr Siegesmond so schön immer sagt, ne? So. So. Deckt erschossen. Na, guck mal, ich lopfe über ne Leiche. Da, la, la. Wart mal kurz. Hier ist fertig. Granate. Alter, was? Das gibt ja auch nicht überhaupt nicht gerechnet. Ja, der Fab-E-O-Master. Da ist noch einer. Ja, der nackt. Der guckt noch immer da durch. Da ist immer noch einer. Ja, ich... Ja, das ist so... Kannst du eigentlich nicht treffen. Ja, da steht da mit dem Dicken-Sniper. Ach. Er steht mit... Kaliber-50 Scharfschützengewehr. Kaliber-Pugel-Kopf. Mal zugeben. So. Südlich. Ich hab keine Ahnung, wo südlich ist. Viel zu viele Suche auf der Mini-Map. Boah. De, 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 de. De, 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 de. Wir haben Einsamziel Barbo verloren. Trinkt er hin, glaubst du? Sollte er. Wo bist du? Lebst du noch? Hier ist grad so nichts los. Ich bin grad beim Lager. Ja, ich bin bei, äh, eher mein Leben. Herrmann, Einsamziel Echo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Wow! Da wartet einer. Schon wieder diese Nacht. Hm. Ich habe Sichtkontakt zu den feindlichen Scharfschützen. Durch die Fälle in der Position. Alter, kann sein, dass hier drin keine Gegner haben, aber dass wir das geholt haben. Gerade also so, Bäm, uns eingeholt. Hoch mit dir. Schön. Ah, ein U-Boot steht im Weg. Ja, die haben das Ding zur U-Boot runtergesprengt. Ich habe das noch nicht gesehen auf der Map. Ah, nee, steht hier, das liegt ja, sorry. Hm? Ich weiß das doch, hast du doch vorhin schon gesagt. Wo müssen wir eigentlich hin? Alter, ist irgendwo anders. Er wird es jetzt in, äh, CW-Guarder gecappt. Ja, und da rennt irgendwo einer rum. Kann man hier über der Halle eigentlich rumrennen? Also, wieso? Als auf dem Berg oder so? Ich glaube, auf dem Berg kommst du nicht. Okay, dann muss der Tuttle unten sein. Also, er ist natürlich mit dem Heli dort abgesprungen, aber es bringt ihm nichts. Ah, da oben ist auch nichts, okay. Vielleicht als Verwirrung. Entschuldig das Ding, ich weiß es nicht. Äh, ich mein... Zeig mir, was ist der... Oh, Licht, Sonne. Oh. Steht halt wo? Achtung. Wir haben momentan alle Flaggen hier im Bunker-Bereich. Da habe ich gerade einen Fallschirm gehört. Bist du? Da hinten schon. Naja, einen habe ich. Und der zweite hat der andere. Sehr gut. Ja, doch, die landen oben auf dem Berg, verwirren die Leute und dann springen sie runter mit dem Fallschirm auf C oder die andere. Ja, ja, ja. Aber oben können sie keine Flagge reinnehmen. Ja, doch, wenn sie auf C von meinem Fallschirm runter springen und von oben dann kommen. Das liegt nur zur Verwirrung für die Leute im Berg. Was war das denn? Alter, ernsthaft? So stark ist diese 12G-Schrot? Der Untersatz? What the fuck? Ernsthaft? Alter, wie stark war der denn? Einen Schuss, nicht mal tot. Wir verlieren E. Was, wir verlieren E? Ja, gut, ich battle gerade an C mit. Mal gucken, ob das was bringt, überhaupt meine Klamotten, wie ich die zersetze. Claimers bringen nie was. Doch, manchmal. Ein Kill oder so. Du musst sie nur richtig nutzen. Nur wenn du Scharfschützer bist. Ach, selbst dann nicht. Quatsch. Nee, es gibt schon auf gewissen Maps, gibt es so dunkle Passagen, da siehst du keine Claimers. Ich achte auch nicht auf Linien in der Map, muss ich sagen. Ich würde wahrscheinlich in jede Claimers reinrennen. Oder jetzt nicht mehr jene, seit ich die selbst benutze. Da war ein Gegner. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Naja, einen hab ich geholt und der andere wird jetzt weggerotzt. Ja. Sag ich doch. Einen hab ich. Sehr gut, danke für den Rache-Kill. Bitte. Oh, die haben auch dich wie's scheint, hm? Ja, johu. Rache ihn, Rache ihn. Ich weiß noch nicht, von wem er gekillt wurde. Einer war hinter der Kiste, den hab ich nicht gesehen. Ah, die Drecksäule. Hä? Dreck ein Sniper, pass auf, da ist ein Sniper. Bitte, CSLR4. Er guckt direkt. So, da hab ich grad'n Gegner gesehen. Ah. Ich krieg' ich, dass er so schnell ist, der den Irak lupst. Was? Alter. Was ist das für ein Name? Ah. Alter, wir nähen jetzt schon eine halbe Stunde, ist das schon eine krasse Scheiße. Naja, ist aber jetzt eh gleich fertig, haben wir noch 99 Tickets. Ja. Was? Boah, alt. What the fuck? Ernsthaft? Das war die Usars. Die ist ja krank, die Waffe. Ja, das ist ne vollautomatische Schropflente. Das ist irgendein vollautomatischer Granatwerfer oder sowas, wie das grad aussah bei mir. Ne, das ist ne vollautomatische Schropflente. Darum ist ja im USA die einzige Waffe, die in Amerika verboten ist. Aha. Einer der wenigen. Ja, die Amis, das die überhaupt nicht so bieten wird, glaub ich nicht. Weil dort sind ja sonst alle Waffen erlaubt, nur die Usars nicht. Ich hasse das, wenn die hinter irgendwas stehen und freie Sicht auf mich haben. Dann kann ich die nicht töten. Ich jointe die nochmal. Ah. Alter. Wo standest du denn? User joined your channel. Oh, hi. Du standest voll bescheuert, Chaotz. Ja, ich war mich kurz mal am Regen. Bitte. Ich hab da noch genau ein HP. Ja, na und? Da musst du mir das sagen. Ich dachte, du stehst super, weiß nicht. Und dann renne ich voll in den Gegner was nicht rein. Mann, 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 Mann. Juhu. D-din, d-din, d-din. D-din, d-din, d-din. Ich mag den Sound, muss ich sagen. Oh ja, da ist er. D-din, d-din, d-din. Hast du den besten Taser? D-din, d-din, d-din. Noch drei. Eins. Final. Ja, gewonnen. Super Sache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ciao. Ciao, ciao.